Showdown Weihnachten 2017, der Sprung von Thomas Seidl durch den Grießbandrichter. Los geht's! Musik 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 Da kommt ein bisschen was von einer Milliere-Jungstraße auf dort. Willst du da? Suchen wir einen schönen Grießbamm? Ja, bitte schauen Sie Leute. Er braucht Bamm ab. Danke, danke. Danke fürs Trinken, danke schön. Einfach Bauchmuskeln anspannen, einfach gehen los. Ja, geht ja, siehst du. Das ist so schade. Scheiße, ich hab mir das hier gezahlt. Antenne. Immer einen Hit voraus.